Der Chemieunterricht beginnt in Klasse 7. Bei uns am GSM dürfen die Schüler fast jede Stunde selbst experimentieren und forschen. Gleich am Anfang machen alle Schülerinnen und Schüler den Gasbremmer-Führerschein. Wir können nicht nur Feuer machen, sondern auch professionell Feuer löschen. Das üben wir mit der Feuerwehr an unserem Brandschutztag. Es wird nicht nur in der Mittelstufe, sondern auch in der Oberstufe experimentiert. Der Chemie-LK aus der 12. hat für euch was vorbereitet. Chemische Ampel Extraktion von Sonnenblumenöl aus Sonnenblumenkernen mit der SoxLED-Apparatur Modellversuch Zink-Luftbatterie. Chemie ist, wenn die Motoren laufen. Elefantenzahnpasta, eine Katalysator-Reaktion. Der Wachs-Flammenwerfer Wichtig ist auch das Verstehen. Und das geht am besten mit guten Modellen. Halt, nein, diese Styropor-Modelle für die Teilchenvorstellung der Klasse 7. Für die älteren Jahrgänge Magnetmodelle und zum Beispiel das Lösen von Salz in Wasser veranschaulichen. Molekülbaukästen für die organische Chemie. Wenn du nun selber Lust bekommen hast zu experimentieren, dann klicke einfach auf diesen Link. Chemie ist, wenn es knallt und pufft. Wichtig ist, wenn es knallt und guckt. Wichtig ist, wenn du jetzt knallt, stimmst. Wichtig ist, wenn es knallt und guckt. Wichtig ist und blitzig in der begrenzigen Nurung. Wichtig ist, wenn du als sch